Erstmal herzlich willkommen zum Modern-Koi-Blog. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 5. 3. Ich nehme trotzdem die. So, erst mal, du hast wirklich geglaubt, ich nehme jetzt die dritte Frage. Ich wusste gar nicht, von wo aus du zählst. Hallo Herr Kammerer, liebe Frau Dr. Lechleiter. Ich wollte mich erst einmal für die tollen und für mich Koi-Einsteiger unglaublich lehrreichen Videos auf Ihrem Kanal bedanken. Ich besitze einen 35.000 Liter Teich, welcher aktuell mit 12 Nissen in Sansai relativ rar besetzt ist. Mein Plan ist für die kommende Saison, ist mir 25 Tosei anzuschaffen, welche im gleichen Teich aufgezogen werden sollen. Da ich auf Tosei gerne von den anderen koi futtertechnisch getrennt aufziehen möchte, stellt sich mir nun die Frage, ob es Sinn macht und auf welche Art und Weise ich das am besten umsetzen soll. Der Teich verfügt über zwei Flachwasserzonen mit einer Teichtiefe von 50 cm und einer Tiefwasserzone mit 1,30 Meter Wassertiefe. Meine Idee war, eine Flachwasserzone mit einem Netz abzutrennen und die Tosei zu Beginn mit 40, 50 Gramm ihres Futters, das ist der entscheidende Punkt, täglich zu füttern. Was halten Sie von meinem Plan? Als Zusatz ist zu erwähnen, dass ich direkt an der Ems wohne und leider oft mit Fischreihern zu tun habe. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen und wünsche Ihnen einen erholsamen Sonntag. Schöne Grüße, Jakob. Nett machen. Gar nicht machen. Nett gut. Warum? Zum einen wird es natürlich an der Stelle mit dem ganzen Kot, der da runterfällt, eine Strömungshemmnis geben. Und zum anderen wird es auch nicht funktionieren, weil die werden irgendwann versuchen, da rauszukommen. Und deine großen Koi, Sandra hat in allem recht, die Strömung wird gestört, also du wirst sowohl im Teich einen schlechteren Schmutzabtransport haben, als auch in der Flachwasserzone. Und selbst wenn du da einen Bodenablauf drin hast, so ein Netz, das bremst die Strömung ohne Ende. Und wichtig ist, dass der Schmutz rauskommt. So, deine großen Fische, die werden alle irgendwann mal total entzündete Mäuler haben, weil wann immer du den kleinen Fischen Futter reinwirfst und die riechen das, und die riechen das schnell, hängen die oben an den Netzen, wollen mitfressen. Und da scheuen die sich komplett kaputt. Also solche Sachen sind echt eigentlich nicht mit Vorsicht zu genießen, sondern zu lassen. Also ich würde einfach die Finger davon lassen. Und die kleinen Koi brauchen ja auch häufiger Futter über den Tag, wie jetzt größere Koi, deine Nissei oder Sandsei, deine kleinen, ganz ruhig zehn, zwölfmal am Tag füttern, wenn die Temperaturen hoch sind. Deine großen Koi, die sind nur noch im Stress, nur noch im Futter und im Futter. Und das wäre wirklich... Und was soll er jetzt machen? Keine Toasei kaufen? Das kommt drauf an. Wenn du sie bei uns kaufen willst, kauf sie trotzdem ansonsten nicht. Okay, das war wirklich ein praktischer Hinweis. Das ist, ja, das ist... Was soll ich jetzt sagen? Kauf keine 25 Toasei. Bau dir dann lieber eine Inhalterung, statt das Netz zu kaufen und zieh sie dort auf eine vernünftige Größe. Ich würde jetzt aber auch keine Toasei mit Riesenfische zusammenwerfen. Da tust du auch weder dem einen noch dem anderen gefallen. Der eine braucht viel und die ganze Zeit und der andere braucht wenig. Zumindest in Relation weniger und auch nicht die ganze Zeit. Weil er einen ganz anderen Darm hat. Oder schon einen längeren Darm, wo er mehr Futterdepot anlegen kann. Schwierig, oder? Wenn du sie bei uns kaufen willst, komm vorbei. Dann finden wir eine Lösung. Toasei, die schon so groß sind. Ich würde mir wirklich... Wenn du mit Toasei experimentieren möchtest in der Aufzug, bau dir eine Inhalterung. Ich denke auch. Besser ist das. Vor allen Dingen, wenn es tatsächlich auch darum geht, zu sehen, wie sie wachsen, ist es mit Sicherheit die bessere Lösung als im Teich. Also, perfekt. Danke für deine Frage. Auch interessant, weil die Idee hatte sicher auch schon mal der ein oder andere. Und wir haben gelernt, die Praxis ist die beste Wissenschaft. Genau. Und alle mit mäßigem Erfolg. Ja, ich denke, es kommt einfach nicht das Optimum dabei raus für die Toasei. Das ist so. Ist so. Ein Toasei will gefordert und gefördert werden. Das waren schöne abschließende Worte. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020